Herzlich Willkommen zu dieser Meditation. Himmel und Erde verbinden. Schön, dass du hier bist. Gemeinsam werden wir jetzt gleich ganz bewusst und absichtsvoll unsere gottgegebene Schöpferkraft aktivieren. Nimm zuerst eine bequeme, aufrechte Haltung ein oder lege dich bequem hin und entspanne deinen Körper. Schließe gerne für einen Moment deine Augen. Lenke deine Aufmerksamkeit auf deinen Atem. Beobachte, wie die Luft ohne dein Zutun in dich einströmt und wieder ausfließt. Atme langsam und ruhig und lass alle Anspannungen im Körper los. Nun gehe mit deinem Bewusstsein auf deine Fußsohlen. Spüre, wie sie die Erde berühren. Stelle dir nun vor, wie Wurzeln aus deinen Füßen tief in die Erde wachsen, sich sanft und kraftvoll zugleich durch den Humus bohren. Immer tiefer durch die Gesteinsschichten bis ganz tief in Mutter Erde. Spüre, wie deine Wurzeln immer kräftiger werden. Mit jedem Einatmen nimmst du die Nährstoffe aus der Erde auf. Dabei weitet sich dein Oberkörper und entfaltet sich in den Raum hinein. Beim Ausatmen lass tief los. Alles, was schwer ist, darf nach unten sinken und abfließen. Lass deine Gedanken und Gefühle nach und nach in den Boden sinken, während du dich mehr und mehr dem ruhigen, gleichförmigen Austausch mit der Mutter Erde hingibst. Die gütige Macht und Kraft von Mutter Erde, die dich trägt und nährt. Nimm dir Zeit dafür. Nimm dir Zeit dafür. Nimm dir Zeit. Nimm dir Zeit dafür. Nimm dir Zeit dafür. Schicke ihr nun deine Dankbarkeit und fühle, wie sie ihre Liebe zu dir zurückschickt Du fühlst dich nun wie ein mächtiger Baum, Kraft durchströmt dich Richte nun deine Aufmerksamkeit auf deine riesige Krone und spüre, wie sie sich dem Licht der Sonne öffnet Sieh, wie sich ein Lichtkanal von deiner Krone bis zur göttlichen Quelle bildet Schicke deine ganze Freude durch diesen Kanal an die göttliche Quelle und fühle, wie du mit Lebenskraft durchflutet wirst Schicke deine Nachschinsel Die Nachschinsel 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 Nun schickst du den Strom der Liebe, die du von der Erde erhältst, und den Strom der Lebenskraft, mit der du immer von der göttlichen Quelle genährt wirst, in dein Herz. Lege gerne deine Hände auf dein Herz, atme tief durch dein Herz ein und wieder aus. Spüre die Liebe, die du bist in dir, die fest in deinem Herzen verankert ist. Spüre die Kraft, die du da in dir trägst, die du bist. Erinnere dich daran, dass du mit der Macht ausgestattet bist, Realitäten zu erschaffen. So bist du gehalten, zwischen Himmel und Erde, als ein geliebtes Kind Gottes. Nimm nun einen tiefen Atemzug mit dem wundervollen Gefühl der Dankbarkeit, das gut für dein alltägliches Leben gesorgt ist und alles mit Freude und Leichtigkeit geschieht. Wenn du soweit bist, dann öffne langsam deine Augen. Atme ein paar Mal tief durch und sei wieder im Hier und Jetzt. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!